Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Ausgezeichnet. Es ist eine Auszeichnung für die Wirtschaftskammer Steiermark, dass wir mit dem Bundesministerium FIT hier quasi diese Veranstaltung machen durften. Wir haben, glaube ich, doch viele Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren können. Wir sind nachhaltig unterwegs. Das ist in WKO-TV zu sehen. Ich glaube, eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Veranstaltung hat mir ausgezeichnet gut gefallen. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich war nur den ersten Teil da und komme jetzt zu den Beratungsgesprächen. Aber es ist, glaube ich, wirklich eine gute Veranstaltung. Es ist gut organisiert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Die Veranstaltung war sehr, sehr informativ, sehr gut strukturiert. Der Zeitplan wurde sehr gut eingehalten. Also ich meine, das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Ja, danke. Sie war sehr, sehr informativ und ich glaube, sehr gut besucht. Und das, was bei diesen Veranstaltungen oft genauso viel wert ist wie die Vorträge, sind die Möglichkeiten zum Netzwerken. Kurz und bündig. Wie hat Ihnen die Veranstaltung jetzt jetzt gefallen? Ja, ich würde sagen, grundsätzlich sehr gut und habe ein paar neue Kontakte geknüpft. Gelungene Veranstaltung. Hat mir gut gefallen, war recht informativ und ich würde ziemlich sicher einen Antrag einreichen. Also das schaut ganz gut aus. Also ich habe die Informationen erhalten, die ich wollte. Wir sind wieder Einreicher von ADNet und ich freue mich schon auf das Gespräch mit dem Herrn Fressy. Fressy. Ja, prinzipiell sehr informativ. Also es ist durchaus die Anregung unter Umständen zu einem neuen Projektantrag. Der darf zustande gekommen. Sonst passt. Ja, sehr gut. Es hat die Informationen beinhaltet, die wir Start-up gegebenenfalls nutzen können, um sozusagen unser Vorhaben besser realisieren zu können. Wird natürlich abzuklären sein, wie weit das hineinpasst, klarerweise. Aber ich denke, die Veranstaltungen sind insofern wichtig, als dass auch bei Unternehmen, Start-ups etc. relativ wenig von vornherein an Erfahrung und an Wissen vorhanden ist, wie, warum und in welchen Zusammenhängen man eigentlich an derartige Mittel herankommt. Und insofern war es wichtig und hilfreich. Wie war die Veranstaltung bis jetzt? Wie hat es Ihnen gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe zwar nicht sehr viele Vorträge besuchen können, weil ich am Stand gestanden bin, aber wir hatten schon zwei, drei interessante Gespräche auch mit vielleicht potenziellen Kunden. Also ich hoffe, dass da mehr daraus wird. Ja, also grundsätzlich sehr gut. Man sieht, es tut sich was. Viele Informationen liegen im Moment noch ein bisschen brach, aber ich glaube, dass die präzise Ausführung der Vorträge der Antragsteller für Förderungen, das erfolgreiche Inanspruch nehmen von Förderungen sicherlich gezeigt hat, dass das ganze Thema zum Angreifen ist und jederzeit für jedermann, wenn die Idee dahinter passt, der Business-Bahn passt, wie wir es gehört haben, umsetzbar ist. Ja, also hat mir sehr gut gefallen, war sehr interessant. Wir haben bisher einiges an Informationen mitgenommen und freuen uns jetzt, diese Informationen in den Fördergesprächen verwerten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank.